Yo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute seht ihr, ja, sag ich mal, meinen besten Spieler, den ich überhaupt in meiner FIFA-Karriere gezogen habe. Und danach seht ihr noch drei Icon-Packs von Zuschauern, also, ja, gönnt euch das Ganze gerne. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like, dann wäre auf jeden Fall korrekt, wir sehen uns, haut rein und schau! Jungs, 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 ich bin gerade mit Marc und Maxi im Discord, wir haben 80 plus gemacht, ich habe Cristiano Ronaldo gezogen, das ist kein Fake. Ich zeige euch das ganz kurz. Digga, ihr habt leider meine Reaktion nicht gesehen, es ist crazy. Ich nehme ihn jetzt mit. Ich dachte, du hast Ronaldo irgendwie eher neu gezogen. Es ist zwar sogar noch Sergio Busquets dahinter, Digga, ich bin am Ende, ich habe Cristiano fucking Ronaldo gezogen. Cristiano fucking Ronaldo. Was kostet denn, Cristiano? Ich guck mal ganz kurz. Aber jetzt kannst du ja mit Rosano bauen, ne? Ja, 1,2 Millionen. Digga, warum hatte ich keine Reaktion dabei, Alter? Das wäre so geil gewesen. Digga, jetzt ist bloß die Algarton alles angemacht, Digga. Ähm, warte, dann mache ich einmal ganz kurz das Bild weg, mache ich meinen Monitor aus und schon, dann liegt jetzt alles an dir, komm. Und dann starten wir jetzt eigentlich in der Toilette, Digga, ich bin selber nervös, ne? Ich bin echt selber nervös. Okay, Jungs, komm, wir gönnen ihm was Gutes. Wo fängt der an? Wales? Nein, Digga. Oh mein Gott. Ich bin immer so nervös dabei, es ist unglaublich. Ungarn? Ungarn wäre richtig heftig. Oh, ich bin gar nicht. Komm schon, gib ihm doch was Gutes jetzt hier, Ukraine. Oh. Okay, nice hier aber, nice. Serbien? Serbien hätte man mitgenommen, glaube ich. Serbien ist nicht so schlecht. Bremen? Schweden? Oh. Ich bin so nervös. Schottland ist es auch nicht. Schottland wäre richtig heftig gewesen. Russland? Oh. Rumänien ist es auch nicht. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott. Norwegen? Nein, nein. Nordirland? Best? Warte, kein Best, Digga. Ahaha, Digga. Oh. Der geht echt da durch, ne? Mexiko. Zweiter oben. Ja, da. Eto'o würde safe. Oh, schade. Kein Eto'o. Eto'o. Ghana als nächstes. Der ist Jemba richtig heftig. Eine Million Spieler. Leider auch nicht. Finnland? Ja, Finnland ist das nächste. Finnland. Oh. Ich glaube, der hat auch eine Top-Nation. Der hat England. Der arme der. Hoffentlich hat er kein England. Bobby Moore wäre auch so ein Kollege, der zu ihm nicht passen würde, aber der hatte den letztes Jahr. Dänemark. Und dann zeigt mal, Japa. Wir wollen was sehen. Wir wollen hier eine krasse Eickel für dich sehen. Wenn jetzt direkt Wales kommt, Digga. Ich war echt. Ich habe alles. Bitte. Oh. Wichtig, wichtig. Okay. Ich bin nicht aufgeregt. Okay. Okay. Ist keiner. Ist keiner. Ist keiner. Ist keiner. Ukraine, oder? Ich liebe dieses Eickel-Rollett. Das ist so geil. Die tschechische Republik gibt noch, ne? Ja, ja. Tschechische Republik. Oh. Mein Gott. Okay. Ach, ich bin los. Ich mache einfach Schweden. Hi. Oh, mein Herz. Geil. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Schottland soll ich aber auch. Freu dich nicht zum Brühen. Es kommt noch Japan und sowas. Freu dich nicht zum Brühen. Der hört mich halt jetzt immer nicht direkt. Das ist aber kein Lachsum. Hier gibt es halt Portugus Top 9. Das ist das, das. Ja. Oh, geil. Da kommt Russland. Ich höre mich. Russland muss da auch noch ganz viele Schmutz-Icons. Russland. Okay, nein. Hier könnten Hachi sein. Ein Hachi. Ja, Rumänien. Let's go. Ist wichtig. Russland. Ich glaube, bisher ist keine, die man sonst aus dem Strafraum kommt. Ja, Nico, das ist ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht. Wichtig, wichtig. Mit gar keinem reden machen wir das, okay? Mit Erlern? Scheiße. Schade. Ja, Papa, du hast was vergessen. Ich schreibe dir mal ganz kurz rein. Schreib dir mal ganz kurz, dass er was vergessen hat, Jungs. Ja, Paar, Junge. Okay, wir müssen hoffen. Bitte nicht. Bitte nicht. Okay. Okay, okay, wir bleiben drin, Jungs. Wir bleiben drin. Ja, du Crackhead, was ist denn mit dir? Was bitte? Ganz, ganz wichtig. Gerade ist es ganz, ganz wichtig. England, nein, bitte. Ich will das gar nicht. Ich will das zum Stück gar nicht sehen. Finnland? Ja. Papa, was? Hallo, du hast was vergessen. Oh, nein. Er lässt einfach Nigeria auf, Jungs. Ey, es ist gar nichts, habe ich vergessen. Warte, warte, warte. Du hast was vergessen. M bis O. Schreib rein, was ich vergessen habe. M bis O. Ja, nur wegen gibt es nicht. Nigeria, Nigeria. Wo ist das? Amunakoydum. Nigeria. Oh, okay. Ah, Digga. YouTube Flames. Sei auch leise. Sei auch leise. Sei auch leise. Hier ist nichts, oder? Hier ist nichts. Chile. Nee, Zesty eigentlich nicht. Denke ich nicht. Ja, richtig. Okay, wir greifen mit Kleiner für Japa. Ich glaube, da gibt es gar keine mehr. Ich höre, wenn ihr das gehört. Oh, okay. Stolkow. Stolkow wäre krass. Stolkow wäre krass. Okay, er hat Top 9 Nationen. Er hat sich nicht nicht. Er hat sich nicht nicht. Verteidiger, Verteidiger. Okay, wichtig. Kamaruna hatten wir, glaube ich. Oh. Das ist Stolkow. Aber obwohl, wie heißt der Butra Gieno? Wäre krass gewesen, eigentlich. Ich habe ihn mal reingeschrieben. Oh, äußer, Digga. Können doch äußer, Bro. Können äußer, Digga. Können äußer, Digga. Können äußer, Können äußer. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ja, also das macht der Kamerun Lugana halt später. Dann lassen wir ihn einfach so. Okay, okay, okay. Bitte. Jungs, ich mache die Nase, okay? Ich mache die Nase. Okay, okay, okay. Ach, halt's Mäusiger. Da könnte ich keine Angst haben. Das ist es jetzt. Insagi kommt. Insagi kommt. Ich habe sehr, sehr doll Angst. Ich habe sehr, sehr doll Angst. Okay, okay. Wir haben Italien durch. Wir haben Italien durch. Das ist ein gutes Zeichen. Digga, der Arme ist völlig mit den Nerven am Ende. Ach, scheiß drauf, Digga, komm. Verteidiger. Ich bin so nervös. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Digga. Das ist Lucky. Ich schwöre, das ist Lucky. Jungs, das ist richtig Lucky. Auf einmal Maradona, Digga. Ich sehe ihn in einem Dingens. Wie heißt denn der Rechtsverteidiger aus Argentinien? Oh, mein Gott. Wie heißt denn der Cracky? Verteidiger gibt es Dings. Sanetti, ne? Genau, Sanetti, genau. Oh, mein Gott. Nein, nein, Digga, nein. Jungs, das ist zu viel. Ich beende das Ganze, ne? Das ist alles. Hau rein, ciao. Digga, das ist zu viel. Das ist zu viel für mich. Ach, du Scheiße, meine Hände. Ich schwöre, die zittern. Ach, mein, ey. Zu witzig einfach. Das ist kein Maradona. Was kann Stürmer sein? Crespo, Crespo. Es könnte, ich weiß es nicht. Imagine, es wird Riquelme. Ja, Gott sei Dank nicht. Okay, Argentinien schimmert er auch nicht. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Der Arme ist mit seinen Nerven am Ende, Jungs. Brasilien kommt. Er kann nicht mehr. Deutschland, sagst du. Deutschland, komm. Matthias, der Krass. Ein Flipzig, kein Flipzig, glaube ich. Ich weiß nicht, kein... Es hat so lange geladen. Es hat so lange geladen. Es wird ein Klose, Jungs. Es wird ein Klose. Es wird ein Klose, Jungs. Das ist so viel. Nein, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Digger. Es... Digger. Deutschland, Deutschland. Der Arme ist mit seinen Nerven am Ende. Soll ich Niederlande machen? Soll ich Niederlande machen? Der kriegt ein Rület. Der kriegt ein Rület, Jungs. Ey, das könnte ein Rület sein, Jungs. Ich sag es. Ach, du Scheiße. Wanda als VR-Finale gefühlt, echt. Ich hab Koff. Ich hab Koff. Ich hab Koff, 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 ich hab Koff. Komm, 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 komm!